Bitte nicht wieder Mindestlohn, das ist doch ein langweiliges Thema. Für die deutsche Sozialdemokratie wird es niemals ein langweiliges Thema sein, wenn wir schlagartig dafür sorgen können, dass sieben Millionen Menschen mehr Geld in der Tasche haben. Und deswegen völlig klar, der Mindestlohn muss weiter steigen. Menschen sollen vernünftig leben können. Wir brauchen mehr Tarifverträge, deswegen wird das Tariftreuegesetz kommen. Wer öffentliche Aufträge in diesem Land bekommt, der muss nach Tarif bezahlen, liebe Genossinnen und Genossen. Es geht um den Wert der Arbeit und diese Arbeit wollen wir steigern.